Was ist die Tradition Moderne, wie sie die Stadt Regensburg verkörpert, treffen auch die Fakultät Betriebswirtschaft zu? Die Weiterentwicklung des Lehrangebots erfolgt zeitgemäß und ist praxisorientiert. Zudem haben wir eine regionale und globale Ausrichtung gleichzeitig. Regional, Praktika und Projekte in Unternehmen in der Dynamischen Region Regensburg anbieten können. Und die globale Ausrichtung zeigt sich, indem wir ein sehr breites englischsprachiges Lehrangebot haben und vielfältige Austauschmöglichkeiten mit unseren internationalen Partnerhochschulen. Als drittgrößte betriebswirtschaftliche Fakultät in Bayern sind wir mit den verschiedenen Studienschwerpunkten meiner etwa 40 Kolleginnen und Kollegen sehr breit aufgestellt, sodass wir in Summe neun Bachelor- und Masterstudiengänge in Voll- und Teilzeit anbieten können und auch sehr viele interessante Wahlfächer. Weitere Besonderheiten unserer Fakultät ist ein Kleingruppenkonzept, ein Business Simulation Center und ein sehr attraktiver Campus mit vielseitigen Angeboten. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Erkunden unserer Webseiten.